Ich bin der Alois Hirschmuggl. Ich darf seit 25 Jahren hier im Unternehmen mit Naturbaustoffen arbeiten. Ich durfte 1997 das Unternehmen gründen. Am Anfang war die Entwicklung und Vertrieb von Schmierstoffen das Thema, konnten auch einmal etwas für die Formel 1 machen und in dem Zusammenhang war dann die Idee, wie kann man sowas mit Natur machen. Aus dieser Grundidee heraus sind wir in der Zwischenzeit so, dass wir ein großartiges Unternehmen mit Naturbaustoffen haben, kann alles mit Natur machen. Es ist wahnsinnig viel Erfahrung da. Ich sage immer gerne, wir schauen zurück, was haben unsere Väter, Urgroßväter gemacht und versuchen das in die heutige Zeit zu übersetzen. Das heißt, alles reproduzierbar nur Natur zu verwenden. Da sind die größten Vorteile. Ich habe kein Problem in der Entsorgung, ich habe kein Problem beim Bauen, keine Sorgen für meine persönliche Gesundheit bei der Errichtung. Ich kann die Individualität hervorheben von demjenigen, der es macht. Baustoff ist gleich Raumklima. Baustoffkombinationen erzeugen einfach atmungsaktive Oberflächen, atmungsaktive Räume und das macht den Menschen einfach gesund. Bau zukunftsfähig und nachhaltig. Wir von den Naturbaustoffen können einfach nur sagen Regionalität. Wir können die Schafwolle, wir können den Hanf, wir können den Stroh verwenden zur Dämmung. Wir können das Stroh verarbeiten oder das Lehm verarbeiten zu Lehmbauplatten oder Strohbauplatten als Putzträgerplatte verwenden. Damit bringe ich einfach ein ganz anderes Raumklima. Die Lippenbekenntnisse zum Gesundbauen sind nicht mehr notwendig, sie sind in der Praxis umsetzbar. In einer guten Renovierung kann ich wahnsinnig viel CO2 sparen, ich kann auch irrsinnig viel Primärenergie sparen und das ist sicher etwas, was die Zukunft ist und wo ich jeden einlade, darüber nachzudenken.